Jetzt geht's um unseren dritten und letzten Fell in Love. John ist fünf Hohen hatte alt, der wurde mit einem Wurf von Geschwistern ausgesetzt. Der ist jetzt bei uns im Tierheim. Ich kann dem Welpen nicht gerecht werden. Ein fertiger Hund ist dann doch schon mal noch was anderes. Ich bin Pragma, Sonja. Ja, super. Warum meint ihr, wäre John euer Perfect Match? Passt perfekt zu uns. Bis zum nächsten Mal.